Er ist in die Hocke gegangen, Markus, ob du mich bumsen kannst. Er ist in die Hocke gegangen. Nee, warte. Er ist in der Ecke. Er ist ganz, ganz hinten. Er ist tot. Sehr gut. Er ist in der Ecke. Er ist in der Zeit, die ich wieder gerne holen kann. Er ist in der Ecke. Oh! Zitzen. Zitzen. Vielen Dank. Willst du es zu Markus oder kommst du zu mir jetzt? Warte, ich guck gerade. Hier hat er eine Ratte fisten kann ja wenigstens. Na, mach aus hier. Einer ist tot, einer blutet. Ja, gut, mal kurz wie? Oh, alle beide sind tot. Ups. Echt? Jo. Wenn Markus mal drun spielst, ist das ja nie so gut, ne? Ne, da trifft er nie was. Ne. Oberkörper getroffen, alles kaputt. Ja, der läuft mir jetzt hinterher. Oh mein Gott. Er ist tot. Okay, gut, gut Job. Markus, irgendwo auf dem Kran sitzt tatsächlich einer. Er hat weiter zum Kran. Er ist aufgestattet? Er ist aufgestattet? Ja, 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 er schießt mit der Blatze, aber der Hund. Okay, wo sind Leichen oder so? Waffen vielleicht? Also meine Leiche könnte noch da liegen, wo du vom Bagger kommst. Das ist links der Metallzaun und da ist der Durchgang und direkt da bei dem Durchgang. Ober oder vorn. Er schießt aber auch noch nicht. Er schießt in meinen Kran. Hier lang? Hier, den zum Bagger, meinst du? Er wird erblutet. Er verbindet sich jetzt. Wo ist der Schatz Winchester Schütze, ey? Der ist tot, den habe ich gerade geheadshottet. Kannst du da mal kurz hinkommen, James? Wo war der, wo war der, Markus? Auf dem Silo beim Hangar. Nachher Elektrobefördern. Ekelhaftes Schweine. Die wissen schon, wo sie sich hinlegen müssen. Sie liegt genau hinter der Mauer. Naja, vorhin von links oben konnte ich gut auf sie schießen, aber wie gesagt, schlecht geschossen. Das Leervideo muss leider warten. Ich kann noch mal ein bisschen weiter runtergehen. Leervideo. Na, wie Sniper ich in DC? Also sagst du, auf dem rechten Haus ist nichts. 300 Meter, ich glaube, mehr ist es nicht, oder? Ja, 300 reicht. Mehr zu dem roten Haus, ne? Jo. Das müsste doch reichen, 300, oder? Mhm. Oder ist das zu kurz? Nein, das reicht. Ich glaube, das müsste gehen. Das müsste gehen. Ich glaube hoch. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich gleich auf einer hier ein. Runter. Ich habe Bock. Getroffen. Nice. Er ist tot. Sehr gut, Markus. Perfekt. Siehst du noch irgendwas auf dem Dach? Nein. Sehr schön, sehr schön. Sauberer Schuss. Ach, komm mal. Erster Schuss tot. Er ist weiter in die Küche, ja. Sie haben bestimmt noch welche kommen, um ihn zu looten. Um seinen Zeug auszugeben. Headshot. Oh, der war geil. War in Cunchest, jetzt Headshot. Noch einmal. Ja, voll in die Birne. Jetzt ist Schluss. Ja, gut. Ende, ja. Der ist tot. Siehst du, was der links macht? Äh, auf dem anderen. Hm. Wer ist unten drin, Markus? Ich könnte jetzt hoch. Was ist denn mit dem da los? Ist der eine wieder genau da, wo er vorhin lag, also auf den ganz... Quasi... Ah, nee, der lebt noch. Der lebt noch, der Krüppel. Das ist der. Ja. Jetzt steht er auf. Der lebt noch, der Bastard. Also neben der Zweiwechser. Links, ganz links, den du gemeint hast. Der ist ganz in der Ecke. Und dann eben der... Musst du wieder boomsen, Markus. Boomst du, komm. Wieder den Blut. Er blutet, er blutet. Nochmal. Oh, fuck. Ich hab ihn zweimal gehittet. Er blutet. Den jetzt ganz links, ne? Ganz links hast du gesehen. Ja, ganz links, ja. Komm, beeil dich, beeil dich. Er ist unconscious. Er weiß noch nicht, woher ich schieße, weil er mich nicht sieht hier. Einer liegt genau da. Nee, die liegen beide. Markus, hör genau zu. Einer liegt genau da gleich. Nee, der Zweite ist hingegangen. Auch gehittet. Auch gehittet, den Zweiten. Wer ist jetzt... Wer ist jetzt... Ja, ich sehe es. Das sind drei Mann hier oben, Markus. Ja, drei Mann. Drei Mann. Den Zweiten habe ich jetzt auch gehittet. Ich sag dir, wo einer ist. Einer ist gleich, wenn du rechts hoch gehst. Er zielt schon hoch. Die wissen nicht, woher. Die zielen schon hoch. Der wollte gerade zu dem und wollte ihn verbinden, beziehungsweise EpiPen drücken, habe ich ihn auch noch angeschossen. Der ist wieder zurückgekrabbelt. Sehr gut, mach sie weiter. Mach sie fertig. Die können mich hier nicht sehen. Die können mich hier nicht sehen. Drei Mann sind hier oben drauf. Ich liege. Wenn ich hochgehe, ist gleich einer vor mir. Sehr gefährlich. Der eine ist tot. Der blutet nicht mehr. Der ist tot. Der in der ganzen... Der ganz in der Ecke. Der ist tot. Oh, die ganzen Wichser hier oben. Wir haben die ganzen Kriterzse hier angelockt. Oh, die Witten ist ein paar Geier von mir drin. Nein, das ist eigentlich nicht. Kleine, miesen Kriterzse. Heute müssen wir noch ein paar fisten. Hey, heute mindestens 20 Leute. Ja, mindestens. Ja, freilich. Jeder zehn normalerweise. Oh, den kann jeder nicht schießen mit der Scheiße. Hab schon drei heute. Das ist schon krass. Sehr gut, sehr gut. Ich hab auch schon zwei heute. Ja, allerdings. Dein Mauer. Der Chance ist noch draufgegangen. Wer kommt von da unten? Ich sehe jemanden. Ich komme nicht zu Hause. Blaues Barrett unten. Negativ. Feind, 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 Feind. Wo? Oh, der kommt jetzt hoch. Mit einer Aug. Wo ist der? Ich sehe ihn. Sag doch mal konkreter, wo ist der. Jungs. Warte mal. Der läuft zum Heuballen. Läuft nach rechts. Der könnte Richtung zu dir laufen. Jetzt läuft er Richtung Hauptstraße. Alter, er hat echt die Augen mit Schalldämpfen. Der ist hinter mir. Der ist bei mir fast. Lass mal ein bisschen hingehen. Bei dem Ballen ist der fast. Bei dem Holzstapel. Der ist gerade von mir vorbeigelaufen. Ja, okay. Der hat den noch. Wer schießt hier? Hallo? Ich beobachte den Typ. Wo ist er? Habe ihn, Pott. Sehr gut, Sam. Habe ihn auch angeschossen, Sniper. Wo bin er auch? Vorne. Der krabbelt da vorne im Wald rum. Ganz vorne in den Tannen. Der flutet wie ein Spack. Bei den zwei großen? Das sind zwei. Ich habe noch einen angeschossen. Ich höre die Schüssel nicht verwichste Scheiße. Die sind da vorne in den Tannen. Ich habe sie beide angeschossen. Die da rennen weg. Du hast den Typen getroffen. Du hast den Typen getroffen, den. Vorm Vogelhäuschen ausflogen. Noch weiter runter? Ja. Weiter links. Oh Gott, sind die Equip. Der eine flutet. Der hockt immer noch in der Tannen. Der eine ist weggelaufen. Der ist nicht nur. Der ist nach links weggelaufen. Nach links Richtung Helm. Ja. Da ist noch einer schnau in der Tanne. Wer schießt? Ich. Der eine hockt auch in der Tanne. Der blutet immer noch. Warte, warte. Da kommt noch einer. Es sind zwei Stück an den Tannen. Markus, die sind links. Du bist der Booneyhut. Ich sehe den Booneyhut. Ja, da läuft einer. Der Bambi läuft da. Es sind mehrere Jungs. Ich habe die zwei Gillies. Ich habe ein Gillie platt gemacht. Es sind aber mehrere. Du blutest. Komm runter. Ja, ja, ja. Ich blute. Da ist noch einer. Ja. 20 Meter hinter der letzten Tanne, wo der Sniper drin saß. Ein Gillie slidet runter, ne? Ja, ja, ja. Ich habe auch den Bambi gleich mit gefistet. Der looten. Der den anderen Gillie nicht mehr. Alter, warum waren die nicht dort, Mann? Täuscht der Bambi nicht, dass der die auch looten hat. Nee, nee, den habe ich getroffen. Der habe ich getroffen. Alter. Lass uns hochstechen. Ja. Unten bringt nichts. Und ich muss allein gegen den Sniper-Kampfer raus? Nein, wir kommen auch. Wir gehen jetzt hoch und dann kommen wir in deine Richtung rüber. Alter, da wird jetzt so viele Klöpfige, ich glaube, mit lauter Gier drin. Wer ist bei den Stämmen oben? Negativ. Tötet, tötet. Gillie ist tot. Der slidet hier runter. Alter. Ich glaube, das war der. Das kann sein, dass es der war. Aber aufpassen. Der hat nur einen Gillie-Head gehabt. Ich weiß es nicht vorher. Ich glaube, das hat er ein Hunting. Der hat einen Wrap und einen Gillie-Kopf. Lass uns weiter nach links stoßen. Nach links und hoch stoßen. Ich glaube nicht, dass es der war. Okay, nochmal weiter hoch. Noch einer tot. Ich suche. Ich suche. Ich suche. Die Idee. Ich suche. Das war's für heute. Das war's für heute.